Mein Name ist Sören Sieg, ich bin Komponist aus Hamburg und ich habe dieses Stück geschrieben für Adria. Das ist meine afrikanische Suite Nummer 26 im Balou. Ich bin viel in Afrika unterwegs und in Balou ist das größte Fest im Bale im Norden Ugandas. Der erste Satz, da geht es um dieses klassische Instrument, was die dort haben, so ganz ähnlich wie das Fibraphon. Im zweiten Satz, The Night of Memories, geht es sozusagen um die Nacht vor dem Fest und der Rückblick auf die eigene Kindheit. Das ist also ein Initiationsritual. Das war's. 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 Auch hier, Bongos und es ist ein sehr wildes Stück. Am Schluss auch mit sehr viel tinzerischen Einlagen. Und mit einer Originalmelodie, die in diesem Fest auch gesungen wird. Die habe ich dort verarbeitet. Ja, und ich freue mich sehr. Es hat ganz toll geklappt. Wir haben ja eben die Videoaufnahmen gemacht und die drei waren wirklich fantastisch vorbereitet. Es ist eine sehr schöne Aufnahme geworden und ich freue mich sehr. Das war's. Weitere requirement. Wir können zuerst ein bisschen nicht auf dem Fest. Ich bin sehr lang. Ich bin sehr lang. Das war's. Das war's. Vielen Dank.